Mannheim ist eine Stadt im schwäbischen Landkreis Donau-Ries und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Mannheim. Geografie Mannheim ist im Naturpark Altmühltal in der Region Augsburg gelegen. Es existieren folgende Gemarkungen. Flotzheim, Itzing, Kölburg, Mannheim, Rehau, Ried, Waching, Weilheim, Wittesheim. Geschichte Mannheim entstand im 7. 8. Jahrhundert. Im Jahr 870 wurde das Benediktinerinnenkloster im Ort gegründet. Die Erhebung Monheims zur Stadt erfolgte durch die Grafen von Oettingen vor dem Jahr 1340. Das Ackerbürgerstädtchen war Sitz eines Pflegeamtes und gehörte seit 1505 zum 1777 zu Bayern gekommenen wittelsbachischen Herzogtum Neuburg-Sulzbach. Am Gasthauslamm erinnert eine Steintafel an den Aufenthalt Luthers im Jahr 1518 in Mannheim auf seiner Flucht aus Augsburg. Nach einer erholsamen Nacht in Mannheim setzte der Reformer seinen Weg über Nürnberg nach Sachsen fort. Im Zuge der Reformation wurde das Benediktinerinnenkloster 1533 aufgelöst. Mannheim besaß ein Stadtgericht mit magistratischen Eigenrechten. Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Stadtgemeinde. Der Landgerichtsbezirk Mannheim ab 1879 Amtsgerichtsbezirk bildete bis 1919 gleichzeitig einen der beiden Distrikte des Bezirksamts Donauwörth. Das Amtsgericht Mannheim wurde 1957 aufgelöst. Eine Zweigstelle des Amtsgerichts Donauwörth bestand noch bis 1959. Am 18. August 1998 stürzte bei Waching ein Kampfflugzeug der Bundeswehr vom Typ Tornado ab. Die Besatzung rettete sich mit dem Schleudersitz. Anlässlich der Gemeindegebietsreform wurde am 1. Januar 1975 die bis dahin selbstständige Gemeinde Rehau eingegliedert. Am 1. Mai 1978 kamen Flotzheim, Itzing, Kölburg, Ried, Waching, Weilheim und Wittesheim hinzu. Einwohnerentwicklung Die von der Stadt Mannheim festgestellten 4943 Einwohner im Jahr 2014 teilen sich wie folgt auf die Gemarkungen auf. Ein in Blau liegender Gesichteter, goldener Halbmond überhöht von einem sechsstrahligen goldenen Stern. Politik Seit 1945 in Mannheim 2500 Mitarbeiter, ITC Consulting GmbH Hardware Systeme und Software, MK Metzger GmbH Recycling Systeme, Bühler Motor GmbH, Schöller Acker Systems GmbH, Transportsysteme aus Kunststoff, BK GmbH, Natursteinwerk Böswald GmbH. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Mannheim betrug 2010 etwa 3235 Hektar, die von 102 bäuerlichen Betrieben bewirtschaftet wurde. Mannheim liegt an der Bundesstraße 2. Die Stadt hatte einen Bahnanschluss an der Bahnstrecke 5 Städten Mannheim, auf der der Personenverkehr am 29. Mai 1960 eingestellt wurde. Die Strecke wurde danach von der Stadt Mannheim gekauft und vom Bayerischen Eisenbahnmuseum für Sonderfahrten benutzt. Inzwischen ist die Strecke gänzlich stillgelegt und abgebaut. Der ehemalige Bahnhof, vor dem noch ein Gleichstück liegt, ist das wäre ins Heim des Brieftaubenzüchtervereins. Auf dem Gleichstück steht eine Gemeinderdiesellok, die bei der Zuckerfabrik in Rhein eingesetzt war. Töchter und Söhne der Stadt, Johann Michael Geschrei, Freikorfführer und preußischer Generalmajor. Martin Lechner, Lehrstuhlinhaber für Jugendpastoral an der philosophisch-theologischen Hochschule Benediktbeuern. Richard Rosmar Nied, Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr. Untertitelung des Heeres der Bundeswehr.